neue rentenbesteuerung beschlossen bundestag hat am 23 februar 2024 neue rentenbesteuerung im wachstumschancengesetz beschlossen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die ja es kommt ganz taufrisch aus den nachrichten der bundestag hat eine neue rentenbesteuerung beschlossen und zwar geht es um die besteuerung oder dem den steuerpflichtigen anteil bis 2058 er wurde jetzt verlängert mit dem neuen wachstumschancengesetz die zustimmung des bundesrates aber zu diesem thema bleibt absolut offen und zwar wie sieht die neue regelung aus ich hatte es ja schon mal in einem anderen video auch angekündigt normalerweise wäre es so dass bis 2040 also wenn renten ab 2040 beginn dann diese renten zu 100 prozent besteuert werden dieser zeitliche rahmen wird aber bis 2058 gestreckt damit trägt die bundesregierung einer warnung des bundesfinanzhofs rechnung der ja im jahr 2021 geurteilt hat dass in vielen fällen es bei der rentenbesteuerung zu einer doppelbesteuerung kommen kann und wie folgt also wie wird das jetzt gemacht diese sogenannten zwei prozent schritte die seit 2021 in ein prozent stufen sozusagen umgewandelt worden sind die werden jetzt rückwirkend ab dem jahr 2023 auf 0,5 prozent schritte verlangsamt das heißt also für alle diejenigen die im jahr 2024 in rente gehen beträgt der besteuerungsanteil dann nicht 84 prozent sondern nur noch 83 prozent rentnerinnen und rentner im jahr 2023 die werden dann haben dann einen steuerpflichtigen anteil von 82,5 prozent und so geht das immer sozusagen stufenweise dann nach oben bis dann die volle besteuerung im jahr 2058 erreicht ist das wäre sozusagen der erste schritt um einer doppelten besteuerung der rente entgegenzuwirken der herr lindner hat aber gesagt dass das möglicherweise gar nicht ausreicht sondern wir müssen noch weitere maßnahmen im steuerrecht ergriffen werden um eine doppelte besteuerung auch mit dieser streckung dann sozusagen auszuschließen näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel